Ich bin jetzt hier im Hof bei meiner Schwester und hier hat ja gestern der Henry mein Mofa hingestellt. Ein neu ertauschtes Mofa, das ich ja für den Harley-Davidson Schlüsselanhänger bekommen habe. Und es ist, ja wie soll ich das jetzt sagen, neu ist es nicht mehr. Also das muss man einfach mal sagen. Es ist schon ein bisschen was älter. Es ist auch ein bisschen verrostet. Ich weiß nicht, ob und was noch funktioniert. Aber ich glaube, ein bisschen was kann man vielleicht noch brauchen. Und wenn es nur die Ersatzteile sind, also die Teile, um die dann als Ersatzteile irgendwie zu nutzen. Ich kann es ganz schwer sagen. Also ich selber könnte damit nichts machen. Mein bester Freund meinte, mach doch irgendwie, restaurier es doch mal ein bisschen und dann ist es mehr wert. Aber selbst so ein Ding, wenn ich das restaurieren würde, würde ich noch mehr kaputt machen, bevor ich da irgendwie was schöner mache dran. Deswegen ja, mal gucken. Also irgendwie werde ich schon loskriegen. Mal gucken, wer mir dafür was gibt. Spannend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch schon fast eine Harley, oder? Guck mal hin. Also wenn das nicht schon fast eine Harley ist, dann weiß ich auch nicht. Bisschen was muss noch gemacht werden und dann gucken wir mal. Irgendjemanden werde ich schon finden. Danke.